Ich heiße Freda Meissner-Blau. Manche Leute kennen mich als Umweltschützerin. Aber zu einem Leben gehört mehr als eine Sache. Und nachdem ich jetzt schon fast 88 Jahre alt bin, habe ich eine Menge verschiedener Sachen gemacht im Leben und muss heute sagen, das ist schön rund. Energie für mich persönlich ist die Kraft, die uns bewegen lässt, die uns atmen lässt, die uns zugreifen lässt, die uns denken lässt, uns Menschen. Wir können sie nur haben, wenn wir lebendig sind. Da haben wir Energie. Das ist ja das Merkmal. Die Energie ist das Merkmal vom Lebendigsein. Wenn ich das wüsste, würde ich jetzt nicht hier sitzen. Dann würde ich dann irgendwo in MIT oder Harvard eine große Gelehrte sein. Denn bisher hat noch niemand eine Definition von Leben geben können. Für mich persönlich ist Zeit eine ganz subjektive Angelegenheit. Ich halte wenig bis nichts davon, irgendein von Menschen erfundenes, höheres Wesen die Verantwortung für die Dinge vorzuschreiben. Es gibt kein Gott, der angebetet wird in der Welt, der schuld ist an Klimawandel. Das sind ausschließlich wir. Und wir haben die Verantwortung für unseren Planeten Erde.